Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bleibt im Kampf um den Gruppensieg in der Öfer Nations League weiter am Ball. Beim 1.0, 0.0, über Norderland wurde aber lange Zeit schwer verträgliche Kost geboten. Am Ende war das jedoch nebensächlich, bei Marco Arnautowik der gegnerischen Abwehr doch einmal entscheidend entwischen konnte. Nach 71 Minuten verwertete er eine Zulievorlage aus kurzer Distanz überlegt zum Goldtürfe des Rot-Weiß-Rote-Team. Damit hatte das ÖFG-Drehbuch, in dem Teamchef Franco Foda dem West Ham Legionär als Kapitän die Hauptrolle zugeteilt hatte, ein perfektes Happy End. Dass Arnautowik erneut die Kapitänsschleife trug, war keine große Sensation. So konnte Foda auch den letzten Beweis dafür erbringen, dass er sich bei keiner Personalentscheidung von außerhalb dreinreden lässt. Dass Arnautowik als Sturmspitze gemeinsam mit Guderburgstülle in einem 4-4-2 beginnen würde, war die größere Überraschung gewesen. Ein Offensivfeuerwerk gab es dennoch nicht zu sehen. Bei Österreich happerte es auch aufgrund der zahlreichen Ausfälle am Spielaufbau, die Nord ihren attackierten zudem sehr hoch. Das 0.0 zur Pause erinnerte schon stark an das enttäuschende Spiel in Sarajevo. Erst in der 50. Minute kam Österreich in Person von Arnautowik zur ersten echten Chance. Seinen Schuss aus kurzer Distanz konnte Nordirlands Torhüter Bikokferl noch zur Ecke lenken. Das Bemühen war zwei da, allerdings verpuffte der Anfangsillern auch nach der Pause sehr rasch. Es war ein unspektakulärer Abend im Wiener Ernstappelstadion. Die Arena war mit 22.500 Zuschauern gerade einmal halbgefüllt. Wirklich auffallend war vor allem die Abordnung der Gäste, die lautstark den Einsatz des naturalheiligen Wilgrich forderte. Beinahe hätte der veganen Angreifer nach seiner Einwechslung auch tatsächlich den Ausgleich gemacht. Doch sein Kopfball sprang zum Glück für Österreich von der Innenstange zurück ins Feld. Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung beim ÖV-Team förmlich zu spüren. Mörsel Seybitze brachte die Stimmung auf den Punkt. Es war das erwartet schwere Spiel gegen körperlich starken Nord ihren. Am Ende haben wir uns den Sieg verdient. Paragrafenzeichen